Ihr Schäfchen kommt in ein Hilfesuchskaninchen und Mädchen nehmt mir sehr gerne mit. Das wird sie in der Westen aus begeistern. Hurra! Eieieiei... Um ein Reagenzglas herum. Da passiert das Experiment. Experiment geht schief. Sie sitzen in Stühlen mit Sicherheitsbügel. Aber die Stühle bewegen sich nicht. Weil das wollen viele nicht. Aber die Sicherheitsbügel sind dafür da, dass sie nicht weglaufen können. Und jetzt denken alle Personen gleichzeitig warme Atem. Die Berührung im richtigen Moment. Also können Sie sich vorstellen, dass 80 Personen gleichzeitig anfangen zu schreien. Das ist lustig.